Das ist oft gut, dass man es gleich mitkriegt, wenn die Maschine steht und der Monitor wäre dann bei Kreismetall, also bei der Firma, von der wir es gemacht haben, also der Entwickler, der halt dort ist im Büro und der wird es dann gleich sehen, wenn jetzt die Maschine steht, dann blinkt da halt das hohe Lichtchen. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.